Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video. Ich grüße euch zu einem neuen TechWissen Video hier auf meinem Kanal und heute sprechen wir über den Filmmaker Mode. Ja, ich weiß, über den Filmmaker Mode haben wir schon öfter auf meinem Kanal gesprochen, aber eher, wie man ihn einstellt. Heute möchte ich darüber sprechen mit euch, was ist der Filmmaker Mode eigentlich, wozu gibt es den und warum plädiere ich total darauf, den Filmmaker Mode zu verwenden. Ja, und das möchte ich euch jetzt hier in diesem Video erklären. Wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, der Filmmaker Mode wurde ja hier auf meinem Kanal schon des Öfteren thematisiert, wie gesagt in meinen Bildeinstellungsvideos als auch in meinen TV-Reviews. Dort habe ich immer gesagt, nehmt den Filmmaker Mode, das ist der einzig wahre Modus fürs Filmschauen. Und jetzt, wie gesagt, möchte ich hier in diesem Video ein bisschen mal aufklären und euch erzählen, wie ist es überhaupt zum Filmmaker Mode gekommen, warum gibt es den und warum nutze ich den so explizit und warum sage ich, nutzt auf jeden Fall den Filmmaker Mode, sonst habt ihr keine genaue Darstellung. Okay, jetzt sprechen wir erstmal darüber, warum gibt es den Filmmaker Mode. Also der Filmmaker Mode selber ist eigentlich nichts Neues. Es gibt schon immer wieder in den letzten Jahren immer wieder Bewegungen oder auch Initiativen, die gesagt haben, wir müssen irgendwie eine kinogenaue Wiedergabe im heimischen Wohnzimmer bekommen. Vor allem jetzt mit OLED-TVs, die eine sehr genaue Darstellung haben, ist ja vieles mehr möglich als mit den klassischen LCD-TVs. Und früher war es so, ihr kennt vielleicht sowas wie ESF oder THX, das hat man sicherlich schon mal irgendwo gelesen. V-Receiver haben zum Beispiel öfter mal ESF-Modi oder Panasonic-Geräte haben THX-Modi oder auch AG OLED-TVs der älteren Generation, die haben auch ESF-Bild-Modi. Und das sind alles so Initiativen gewesen oder sind es auch noch, die immer dafür gesorgt haben, für unterschiedliche Szenarien eine punktgenaue Darstellung zu bekommen. Also das, was ich mit punktgenau meine, ist eine kinogenaue Darstellung oder eine quellgenaue Darstellung. Jetzt gibt es am Fernseher ja auch den klassischen Filmmodus oder auch Kinomodus. Bei AG heißt es ja zum Beispiel Kinomodus, bei Samsung heißt es Filmmodus. Das sind herstellereigene Film- und Kinomodi, die dann entsprechend aber ein Bildverbesserer oder ins Bild eingreifen, um das Bild dann noch entsprechend zu optimieren oder an den Fernseher anzupassen. Das mag zwar vielleicht gut aussehen, ist aber nicht das, was ESF oder THX verfolgt haben und ist auch nicht das, was der Filmmaker-Mode verfolgt hat oder verfolgt. Jetzt ist es so, dass diese ISF-Modi und THX-Modi sich in den letzten Jahren nicht unbedingt durchgesetzt haben oder nur vereinzelt bei den einzelnen Geräten immer mal wieder aufgekommen sind, sicherlich gute Ergebnisse erzielt haben, aber sich nicht durchgesetzt haben. Und die TV-Besitzer haben halt natürlich dann standardmäßig den Filmmodus verwendet oder noch viel schlimmer so einen dynamischen Modus oder sowas. Und jetzt ist es so, dass vor einigen Jahren sich dann namhafte Hersteller wie Samsung AG oder Panasonic sich zusammengesetzt haben mit Regisseuren, also Filmregisseuren und Filmstudios. Die haben sich alle zusammengesetzt und gesagt, okay, wir müssen hier jetzt mal einen Weg gehen. Wir haben die Technologie, die Fernseher sind inzwischen soweit, eine Kinodarstellung zu Hause zu produzieren. Wir sollten mal auf einen Nenner kommen und eine Technologie oder einen Bildmodus an den Start bringen, der das alles abdeckt. Und dadurch kam dann die Filmmaker-Mode-Initiative, die dafür gesorgt hat, dass die Fernseher von Samsung, AG und Panasonic den Filmmaker-Mode bekommen, gemäß der Norm, die sich in diesem Gremium quasi zusammenentwickelt hat. Da hat zum Beispiel ein großer Regisseur wie James Cameron daran mitgearbeitet. Und das heißt ja letztendlich schon was, vor allem so ein Regisseur, der auf so hochmoderne Technologie am höchsten Limit Filme dreht, auch teilweise in IMAX, dass man hier natürlich davon ausgehen kann, okay, da ist auch ein bisschen Know-how hinter. Und der Filmmaker-Mode hat ja dann dementsprechend jetzt seinen Einzug gehalten. Und dementsprechend hat der Filmmaker-Mode durch die Möglichkeit, durch Samsung, AG und Panasonic, die ja einen relativ hohen Stellenwert haben in der TV-Branche, an Anklang zu finden, beziehungsweise an Verbreitung. Jeder Samsung-Fernseher, jeder LG-Fernseher, jeder Panasonic-Fernseher, die haben inzwischen den Filmmaker-Mode und somit steht er ja überall zur Verfügung. Und dementsprechend hat man dann die Möglichkeit, mit dem Filmmaker-Mode eine kinogenaue Darstellung zu produzieren. Okay, kinogenaue Darstellung zu produzieren. Das ist erstmal einfach leicht dahingesagt. Jetzt möchte ich euch erklären, was sich dahinter verbirgt, was macht der Filmmaker-Mode. Und jetzt möchte ich dann auch gleich die Brücke dazu rüberbauen, warum ich diesen nutze. Ich denke, das wird aber in der Erklärung auch relativ klar und deutlich. Der Filmmaker-Mode ist nicht einfach nur ein Modus, der heißt Filmmaker-Mode, sondern da steckt natürlich auch eine Technologie hinter. Es gibt bei mir auf meinem Kanal ja Norm-Bild-Einstellungen. Und das sind Videos zu zum Beispiel LG OLED-TVs, die die absolute Filmmaker-Mode-Norm einhalten, sodass ihr quasi mit dem Filmmaker-Mode das beste Kinobild bekommt. Jetzt ist es so, wenn ihr den Filmmaker-Mode an eurem Samsung oder LG oder Panasonic-TV aktiviert, dass der in den absoluten Filmmodus, in den absoluten Kinomodus wechselt. Sämtliche vom Herstellerseitige Bildverbesserer werden deaktiviert, sprich Kontrastverbesserungen, Farboptimierungen und Helligkeitsoptimierungen werden deaktiviert und die haben auch keinen Einfluss auf den Filmmaker-Mode. Dementsprechend wird mit dem Filmmaker-Mode dann ganz automatisch eine kinogenaue oder quellengenaue Wiedergabe ermöglicht. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jetzt den Filmmodus des Herstellers nehmt, habt ihr eine herstellerseitige Filmdarstellung oder herstellerseitig optimierte Filmdarstellung. Nehmt ihr den Filmmaker-Mode gemäß Norm-Einstellungen, habt ihr eine kinogenaue Darstellung. Da sage ich auch in meinen Bildeinstellungsvideos immer mit diesem Thema Overscan oder Jazzscan oder an dem Bildschirm anpassen, dass ich das immer sage, das solltet ihr deaktivieren, wenn ihr das nach Filmmaker-Mode-Norm machen wollt. Denn die Filmmaker-Mode-Norm sagt das klar vor, dass das deaktiviert werden soll, sodass dann entsprechend dieser leichte Kinoprojektoreffekt entsteht. Ja, auf jeden Fall ist es so, wenn ihr den Filmmaker-Mode aktiviert, geht der Fernseher in einen Filmmodus über, der seitens der Filmmaker-Mode-Initiative quasi vorgegeben wird und der Fernseher deaktiviert sämtliche Bildverbesserungen. Und damit habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie ein Filmrauschen oder Effekte, die der Filmmaker oder der Regisseur oder der Bildingenieur sich überlegt hat, tatsächlich zu sehen. Also nicht Grafikeffekte, sondern tatsächlich Bildeffekte wie ein Rauschen oder entsprechendes Color-Grading. Und das ist an dieser Stelle genau das, was der Filmmaker-Mode machen möchte. Da geht es auch primär darum, dass auch beim Filmmaker-Mode die richtige Bildwiederholungsfrequenz dargestellt wird. Bei normalen Modi geht ja meistens die Zwischenbildberechnung dazwischen, das heißt, das Bild wird aufgewertet, dass es flüssiger wirkt. Im Filmmaker-Mode wird die Zwischenbildberechnung standardmäßig deaktiviert, komplett deaktiviert, sodass die 100%ige 24 Meter pro Sekunde Wiedergabe auf einem OLED-TV zum Beispiel dargestellt wird. So, und jetzt, wenn wir uns das schon mal so anhören, könnt ihr euch sicherlich auch vorstellen, warum ich das sage. Mit dem Filmmaker-Mode habt ihr dann halt die Möglichkeit, die ganz genaue Darstellung zu haben, nach Quelle und nach Kinomaß. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man ein OLED-TV hat, welcher eine unglaubliche genaue Darstellung hat, ist der Filmmaker-Mode das absolute Maximum, was man nehmen sollte. Es gibt nichts Besseres am TV als im Filmmaker-Mode. Und wenn ich bei mir am Fernseher sitze und filme mit dem Filmmaker-Mode schaue, dann denke ich so, diese Details habe ich ja noch gar nicht gesehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja, und daher sage ich immer, Filmmaker-Mode, so bekommt ihr auf jeden Fall das Bild auf der Blu-ray oder von Netflix und so, das, was ihr sehen sollt. Aber ehrlich gesagt, muss ich hier an dieser Stelle schon mal am Rande sagen, wenn ihr den Filmmaker-Mode 100% maximal nutzen wollt, geht nichts über Blu-ray oder Ultra-HD-Blu-ray. Auf jeden Fall, daher wisst ihr jetzt Bescheid, ich empfehle euch den Filmmaker-Mode einfach aus dem Grund, dass ihr die perfekte Darstellung bekommt. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. In diesem Video habe ich euch erklärt, was sich hinter dem Filmmaker-Mode verbirgt, wie dieser so ein bisschen entstanden ist und was die Intention dahinter ist. Und ich habe euch auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben, warum ich sage, der Filmmaker-Mode ist der Modus, der auf jeden Fall zum Filmeschauen verwendet werden sollte. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher spannenden Tech-Wissen-Videos sehen wollt, dann solltet ihr das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Filmschauen und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!